Hi Leute, hier ist Tanja von Young IZ und heute geht es um das Thema Frisuren. Ich habe mich nämlich gefragt, was die perfekte Frisur für eine coole Party ist. Und dafür sind wir heute bei TAT-PT im Obergeschoss vom IZ. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hey! Oh yes, oh yes! Come on, come on, put those hands together, come on! Hallo Christine, was sind denn im Moment die absoluten Frisurentrends? Also die absoluten Frisurentrends sind zur Zeit, das nennt sich Rock & Folk. Das heißt, es erinnert so an die Rock-Gear-Zeit, mit Woodstock-Charakter zusammen. Und was würdest du sagen, ist das Besondere am HCT? Also am HCT ist besonders, dass wir uns Zeit für unsere Kunden nehmen. Wir gehen komplett auf sie ein, wir machen eine absolute Typberatung, gehen auf die Gesichtsform, auf die neuesten Trends ein und nehmen auch die Wünsche unserer Kunden, ernst und versuchen, das umzusetzen. Wir haben auch richtig tolle Wellnessprogramme bei uns mit drin, dass man so richtig mal so einen Erlebnis-Frisörtag bei uns machen kann. Wir haben jetzt Arbeit mit L'Oreal und KeraStars und da kann man sich so richtig schön verwöhnen lassen. Das war das HCT im Obergeschoss vom IZ und wir sehen uns gleich im nächsten Beitrag. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020